über alles lieben die uns über alles auch gehen aber wenn es um darum geht dass wir wenn wir mit einem hund gassi gehen letztendlich nicht in der lage sind die haufen die sie machen weg zu machen deswegen mache ich heute ein video für dummies hier seht ihr diese container aufbewahrungsboxen mit tüten die in jeder stadt falls es nicht so ist schreibt es bitte in den kommentaren aushängen die können kostenlos benutzt werden und jetzt zeige ich euch wie man das macht ich gehe nämlich gerne mit meinem hund gassi und ich mache ständig egal wo ich bin diese häufchen auch wieder weg so 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 bock haben das weg zu machen sollen sich eine eigene wiese anschaffen einen eigenen garten und die hunde alle dorthin kacken lassen wie sie wollen das liegt mir heute besonders im herzen und deswegen bitte ich euch teilt das video likt es und lasst es um die welt gehen weil das ist wirklich irgendwas was ich gar nicht leiden kann ich danke euch und nochmal danke ich euch dafür dass ihr meinen kanal so zahlreich abonniert habt und wenn ihr mir einen großen gefallen tun wollt geht auf instagram mart schulz link ist hier eingeblendet und folgt mir dort dankeschön